hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge coffee 3 und wir klappern immer noch die küsse ich klappere gerade die küsse ab weil ich noch die typen suche ich reiß dir den kopf ab ah 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 Ich muss die Fackel von der 2 wegkriegen. Ja, ja. Knüppel, Lagerfeuer. Da können wir gleich noch ein bisschen Dings machen. Gleich wieder ein neues Stück, um zu essen. Jawohl. Da müsste ich eigentlich jetzt auch wieder 5 Waffenbündel haben für... Na, schade. Ja, ich habe das alles irgendwie noch in Erinnerung. Also, wenn man ein Lieblingsspiel hat oder eins von Lieblingsspielen ist, dann behält man sowas. Also, daher weiß ich, wo ich hier hinlaufe. Also, ich nutze hier keine Komplettlösung oder sonst irgendwas. Zum Großteil weiß ich noch alles. Also, nicht mehr alles. Weil es ist ja jetzt auch schon... Wie alt ist das Spiel jetzt schon? Es ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Monate alt. Also, ja. Aber Großteil weiß ich wirklich noch. Hier können wir noch mal ein paar Fälle abgreifen. Mahlzeit! In den Arsch! Geh mir her. Und her. Jawoll! So. Schluck nehmen. Zack! Eisenheim. Jens, mein Freund! Zeig mir deine Ware. Ich bring dir wieder was Frisches vorbei. Hier. Zack! Zack! Das kann man dir geben. Das kannst du haben. Ansonsten... Nur erst mit nichts weiter. Und ich sage, tauschen hast du, ne? Ja, so schnell wie du das Gold ausgibst, hast du es auch wieder verdient. Ja, das ist schon richtig. Aber es ist halt wirklich anstrengend. Gerade... Gerade, ihr habt ja das vorhin gesehen. Ja, was so eine Paladin-Rüstung kostet. 190.000. Das muss man erst mal zusammen erwirtschaften. Ähm... Ach ja, der Typ da oben wollte, ja. Aber müsste ich dann jetzt, wenn ich denen die Ware wiedergebe, bei 60 sein? 60? Na klar, aber 60. Ach, hier... Ich denke, das Zeug gehört dir. Das Zeug hier gehört dir. Na also, her damit! Oh, 65. Gut. Was willst du noch? Los, hör ab! Was ist mit meiner Belohnung? Belohnung? Also gut. Hier, nimm das Gold. Und jetzt... Verschwinden! Hast du noch den Krempel vom gefangenen Paladin? Ja, viel unnützes Zeug. Und einen... merkwürdigen Kelch. Kann ich den Kelch haben? 100 Goldstücke. Verkauf mir den Kelch vom gefangenen Paladin. Hier. Ich kann damit sowieso nicht anfangen. Zeig mir deine Ware. Ja, warum nicht? Und er hat auch Waffen. Hier und Christus ein Schwert. Das Breitschwert. Ach, das habe ich gewonnen. Das wird aber mit verkauft. Du hast die Geschwerte. Knippelkünste haben. Den Bogen. Noch irgendwas hier. Das kannst du haben. Da bin ich jetzt bei 65. Also fehlen mir noch 10. Dann kann ich zum Paladin. Ich habe gehört, du bist jetzt Champion der Arena. Respekt. Der Alchemist ist sehr zufrieden mit dir. Nicht schlecht. Gamals Sklave ist wieder da. Er hat nur Gutes über dich zu berichten. Jens, der Jäger meint, du bist zu gebrauchen. So, den haben wir noch, den haben wir, äh, den haben wir noch gar nicht gefragt. Was hast du zu tun für mich? Vor der Stadt streuen eine Menge hungriger Wölfe herum. Sie fressen schon mal gerne ein paar Sklaven. Das sehen die Orks gar nicht gerne. Suche die hungrigen Wölfe und mach ihnen den Gar aus. Äh, haben wir das nicht schon gemacht oder so? Oder haben wir einen verpasst? Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar niedergestreckt von den hungrigen Wölfen, aber anscheinend noch nicht alle. Also hier auf der Seite sind keine mehr. Die lagen hier. Da vorne habe ich noch ein paar weggemacht. Hier habe ich welche weggemacht. Mein Problem ist gerade nicht die Haiepflanzen. Haiepflanzen habe ich, kriege ich hier mehr als genug. Ja. Also irgendwo müssten... Vielleicht hier oben auf dem Berg noch. So, ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch gucken sollte. Bei der stande ich hier. Oder sind nur noch welche. Kommt mal her, Freunde. So. Alles klar. Bisonfell? Haben die noch irgendwas dabei? Nö. Also rein theoretisch hätten wir, ähm... Damit jetzt sind wir auf 80. Hätten wir normalerweise, äh... So guten Ruf. Also erstmal alles soweit, äh... Grün ist. Und ich, äh... Mit hier, äh... Gordo... Kämpfe mit Ehre. Die hungrigen Wölfe sind Geschichte. Du hast dich um die Wölfe gekümmert. Gar nicht mal so schlecht. Hier, hast du deinen Sold. Sind die Orks zufrieden mit mir? Du hast es geschafft. Du bist für die Orks kein Unbekannter mehr. Jetzt kannst du dich frei in der Stadt bewegen. Geh gleich zu Uruk. Er will mit dir sprechen. Benimm dich in dieser Stadt, Neuling. Sonst wirst du als Fischfutter enden. Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Er ist der Boss der Stadt. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Klar? Kann ich mit Uruk sprechen? Du kannst reingehen. Uruk erwartet dich. Mora. Am Anfang zogen die Nomaden über das Land. Und der ewige Wanderer führte sie. So. Du bist also der Mora. Der sich um die Stadt verdient gemacht hat. Meine Krieger reden über dich. Ich hoffe nur Gutes. Sie respektieren dich. Das reicht mir. Du bist schwer zu erreichen. Wir Anführer der Orks geben uns nicht mit jedem beliebigen Mora ab. Wir haben wichtige Aufgaben für unser Volk zu erledigen. Da bleibt keine Zeit für Angelegenheiten der Sklaven. Dafür haben wir unsere Saldner. Was kannst du mir über Xardas erzählen? Der erste Angriff auf Faring war schon verloren, als er zu uns kam. Doch dann hat er den Moras ihre Runenmagie genommen. Unser zweiter Angriff auf Faring hat die Burg dann... In ein Schlachthaus verwandelt. Was genau ist deine Aufgabe? Ich suche nach einem Weg, die Rebellen in der Küstenregion auszuräuchern. Sie sind überall, selbst in dieser Stadt. Ich habe es bisher nicht geschafft, ihren Unterschlupf zu finden. Die Sklaven nennen es Redok. Ich nenne es Rattennest. Also wir könnten uns jetzt entscheiden. Ich werde Redok für dich vernichten. Werden wir natürlich nicht machen. Was hast du unternommen, um Redok zu finden? Meine Patrouillen durchstreifen Tag und Nacht die Küstenregion. Ich habe sogar einen Paladin gefangen genommen und verhöre ihn jeden Tag. Bisher ohne Erfolg. Er hat immer noch nicht geredet. Was ist mit den Rebellen innerhalb dieser Stadt? Sie haben einen Anführer. Ich habe noch nicht herausfinden können, wer es ist. Der Mistkerl hat eine brillante Tarnung. Finde den Kerl und gib ihm, was er verdient. Ich glaube, er weniger. Ich will mit dem gefangenen Paladin reden. Er ist oben, im Leuchtturm. Mach mit ihm, was du willst. Ich bekomme keinen Wart mehr aus ihm heraus. Ja, da muss man jetzt sehen, was man macht. Entweder befreie ich sie, dann greifen wir alle zu den Waffen. Oder ich lasse erst mal den Zustand so. Lass mich vorbei. Du kannst reingehen. Glaubst du wirklich? Ich weiß, Mann, ich weiß. Mann, was willst du? Oh nein, nicht schon wieder, bitte. Du bist gar kein Ork. Wie bist du hier reingekommen? Wer bist du? Mein Name ist Wenzel. Ich bin Paladin und komme aus Montera. Habe dort gegen die Orks gekämpft. Was ist in Montera passiert? Eines Morgens, kurz bevor die Sonne aufging, hatten die Orks die Stadt umstellt. Das war dann das Haus. Fast die Hälfte von uns fanden den Tod. Alle anderen wurden versklavt. Wo liegt dieses Montera? Im Norden. Du musst das Gebirge, das die Küste vom Inland trennt, überqueren, um dorthin zu gelangen. Warum bist du Gefangener und kein Sklave? Einer ihrer Sklavenjäger hat mich hierher verschleppt. Und mich an die Orks verkauft. Seitdem kommen die Orks jeden Tag zu mir und verhören mich. Ich soll ihnen verraten, wo sich das Rebellenlager Redog befindet. Was weißt du über Redog? Redog ist hier an der Küste der einzige Zufluchtsort für uns Rebellen. Ich werde eher sterben, als jemanden zu verraten, wo sich meine Brüder versteckt halten. Wo gibt es noch Rebellen außer in Redog? Sie sind überall. Im ganzen Land gibt es Gruppen, die sich den Orks entgegenstellen. Sie verstecken sich im Wald, in Höhlen oder in den Klippen. Die Orks werden sie niemals alle finden. Wir werden erst ruhen, wenn unser Königreich wieder frei ist. Ich habe deinen Kelch gerettet. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Der Kelch muss zu den Feuermagien. Es ist ein Feuerkelch. Sehr selten und äußerst wertvoll. Mehr weiß ich leider auch nicht über das Ding. Das gibt auch Noah wieder Ärger. Ja. Also, ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder nehme ich jetzt mit den Typen hier die Stadt auseinander. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Oder wir lassen den Zustand erst mal so. Ja. Ja, wenn ich die Küste befreit habe, ähm, ja. Ja. Hm. Was machen wir jetzt? So. 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 Hm. 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 Ja. Ja, das ist eben die Frage, was macht man jetzt? Lässt man den Zustand erst mal so? Vernichtet den Rebellenuntergrund in Kap Dun? Die Truhe des Eichemisten. Hm. Das ist eben eine gute Frage. Aber, ja, was machst du? Lässt er jetzt den Zustand so? Weil umso mehr Städte ich nämlich befreie, umso misstrauer werden die Orks mir gegenüber. Monterra, Gota, Mission. Ja, da muss man es mal sehen. Okay. Hier ist noch eine Okara-Mission. Hier haben wir noch eine Mora-Mission. Also Rebellenlager gibt es hier Stück insgesamt. Hier haben wir noch Gota. Ja, da muss man wirklich sehen. Oder man arbeitet sich dann eben so vor, dass man eben in den ganzen Städten, sag ich mal jetzt, wohlwohlen hat und kann die Städte erobern. Und dann macht man dann einen mit einem Schlag alle einmal weg. Dass sie dann befreit sind. Da muss ich auch nochmal sehen. Aber das erfahren wir jetzt in der nächsten Folge. Die Folge ist diesmal ein bisschen kürzer. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Oder wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.